Moin Moin und hallo heute wollen wir mal die Anschlussmöglichkeiten an eurem Fire TV Omni, in dem wir jetzt ein QLED Gerät mit 34 Zoll, 4K, Dolby Vision IQ und so weiter durchgehen. Wenn ihr das Gerät von hinten betrachtet, das ist hinten, hier ist unten, da ist oben, seht ihr auf der linken Seite, wenn ihr dahinter steht, das Panel, wo wir die Anschlussmöglichkeiten haben. Wenn ihr auf die andere Seite geht, sprich wenn ihr da hinten steht, auf der rechten Seite, dort ist der Stromanschluss, dort kommt euer Stromkabel hinein. Wenn ihr dann das Gerät vor euch habt, sprich wo das Panel, das Bildpanel auf euch gerichtet ist, greift ihr rechts demzufolge am Gerät vorbei und könnt dann darauf zugreifen. Dort seht ihr nun verschiedene Möglichkeiten der Konnektivität. Wir fangen mal an von oben nach unten, denn hier ist oben des Gerätes, dort haben wir einen optischen Audioausgang, ein optischer Audioausgang nennt man das, das ist S slash PDIF. Hier schließen wir eine optische Kabel an, welche separat erhältlich ist, um dort zwischen Fernsehgerät und dem optischen Eingang unseres ACE-V, also AV-Receivers oder die Soundbar nutzen zu können. Der optische Anschluss ist natürlich die schnellste Möglichkeit, Daten zu übermitteln, zwischen dem TV-Gerät und einem Peripheriegerät in Form von z.B. einem Receiver. Das heißt, darüber könnt ihr natürlich auch die höchsten Datenmengen rüberschieben, ergo könnt ihr dort auch die höchste und beste Qualität an das angeschlossene Gerät vom Fernseher her senden. Optisch bedeutet, dass da drinnen die Daten über, genauso wie auch im Glasfaser, Lichtleiter benutzt werden, sprich ein Lichtatom wird dort als Datenträger genutzt. Dann haben wir den guten alten, das ist der hier, Ethernet-Port. Der gut alte Ethernet-Cort ist die beste Möglichkeit, das Internet in eurem Smart-TV hinzubekommen. 10 oder 100 Mbit Leitung ist möglich zum Anschluss an unser Internetmodem oder Heimnetzwerk. Dafür brauchen wir so ein Patchkabel, das ist so ein Internetkabel. Dort ist es eine Lasche, so eine Lasche als Einrastfunktion und das schieben wir dann ganz einfach, bis es Klick macht, hinein in den Fernseher und damit ist es eingerastet. Die andere Seite des Kabels solltet ihr dann auf den Ethernet-Port eines Routers anschließen, dann habt ihr direkt das Internet an eurem Smart-TV anliegen. Ihr müsstet es sich einrichten etc., denn die Kabelverbindung ist immer frei. Natürlich müsst ihr dann aber einen Internetvertrag haben und der ist nicht frei. Aber ihr müsst euch nirgendwo anmelden etc. Als nächstes haben wir die guten alten USB-Ports und zwar zwei Stück. Hier sind zwei USB-Ports am Fernseherseite angesetzt. 5 Volt, 500 mAh sind möglich. Das ist USB 2.0. Das nennt man Universal Serial Bus. Das heißt also, das ist eine Schnittstelle, die schon seit vielen Jahrzehnten zum Standard im Computer-Business gehört. Die sehen so aus. Die haben dort so einen Plastiknippel und die andere Seite ist frei. Das gleiche Gegenstück, sprich das feminine Stück, ist am Fernseher und hier könnt ihr zum Beispiel USB-Geräte anschließen. Das sind Festplatten, das sind Flash-Speicher. Oder ihr könnt dort auch ... Was haben wir denn noch so im Angebot? USB kann für alle Anschlüsse eines USB-Kabels Verwendung finden. Und die kommen dann hier rein. Zack. Einfach rein, bis fest ist. Dort ist es auch möglich zum Beispiel eine LED-Beleuchtung, um eurem Fernseher als Rücklicht zu setzen, zu befestigen etc. Und dann kommen wir hier zum Satellit in und zum Cable. Slash-Ant. Das hier heißt, wir haben einen Triple-Tuner integriert in das System. Im Satelliteneingang kann nun also die Satellitenschüssel angeklemmt werden. Die Satellitenschüssel hat einen Kupferkern. Darum ist ein Schraubgewinde als Stecker. Das heißt, ihr setzt hier an, dass der Pinökel hier rein penetriert in den femininen Part des Steckersystems und dreht dann mit ... ... mit den Fingern meistens reicht es eigentlich dort dann die Mutti draufzudrehen, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann habt ihr die Antennenverbindung nämlich fest installiert. Es ist wichtig, dass das fest angeschraubt wird, um eventuelle Leckagen, Datenleckagen vorzubeugen. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, das Antenne und Kabel, Cable und Antenna hier, Port zu benutzen. Dort kommt so ein Kabel rein. Das ist im Prinzip das ... Also hier im Kabel selber ist es das gleiche wie das Antennenkabel. Hier ist ein Kupferkern drin, ein Kupferkabel, welches aber bei der Antenne beziehungsweise beim Kabelkabel die Möglichkeit bringt, so einen Stecker hier anzubringen, der ganz einfach gesteckt wird. Das heißt also bei Kabelanschluss einfach den Kabel von eurem Kabelsalat dort hinein setzen. Also Anschlussmöglichkeit eines Koexialkabels oder eine Antenne. Antenne in dem Fall ist gedacht wie Oldschool mäßig die Antenne, die auf dem Dach früher angebracht war. Das heißt also wir haben hier die Möglichkeit Fernsehen auf dem Fernseher natürlich zu übertragen, nicht nur die Smartdienste zu nutzen. Und das heißt DVB-T, DVB-T2, HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2. Das sind diese beiden Ports, das nennt man Triple Tuner. Warum Triple? Dreifach, weil Satellit, Kabel und Antenne hier drüber gesteuert werden. Es gibt noch alte Fernseher, da gibt es wirklich nur einen Tuner drin. Da musst du dir genau gucken, ob ihr Satellit habt oder ob ihr Kabelkabel haben solltet. Nun kommen wir zu den guten alten HDMI-Freunde. Davon haben wir hier vier Stück an der Zahl. Drei normale und einer ist sogar ein eARC. Das ist was besonderes, denn das HDMI eARC, das ist für eine Benutzung eines externen Soundbar gemacht oder eines Surround-Systems. Das heißt Audi Return Channel. Okay? A-R-C. Audio Return Channel. Das ist eine praktische Erweiterung von HDMI selber. Er wurde 2009 mit der Spezifizierung von HDMI 1.4 eingeführt und vereinfacht die Verkabelung von TV- und Audiogeräten ungemein. Das bedeutet aber natürlich, wenn ihr ein ARC-fähiges Gerät anschließen wollt, solltet ihr diesen Port benutzen. Das heißt jetzt aber nicht, dass er an den anderen Ports nicht funktionieren würde. Aber das ARC ist einfach noch optimierter dafür und kann dann zufolge dann auch noch bessere Ergebnisse erzielen. HDMI selber haben wir also vier Stück zur Auswahl. Was kommt an die HDMI-Freunde? Die vier HDMI-Anschlüsse heißen erstmal High Definition Multimedia Interface und können zum Anschluss von Geräten wie Spielekonsolen oder Kabel und Satellitenboxen verwendet werden. Der besagte HDMI-Anschluss eARC, der hier an der 4 steht, bietet zusätzlich die Möglichkeit, den Audio-Rückkanal zu nutzen, um digitale Audiosignale an einen AV-Receiver oder eine Soundpad zu setzen. Bei dem HDMI-Kabel müsst ihr immer darauf achten, die haben solche Höcker oben, zwei Einbuchtungen, unten sind sie flach. Das ist der männliche Part, das ist der weibliche Part, der hier verbaut ist am Fernseher. Das heißt also, ihr setzt dann die Spielekonsole oder das Zubehör an und steckt das Kabel dort hinein. Dann ist eine Nutzung über den HDMI-Porten möglich. Daneben haben wir noch die Möglichkeit, einen Mini-AV-In zu benutzen. Das ist der da, der gute alte Mini-AV-Anschluss kann zum Anschluss von AV-Geräten verwendet werden, die dann hier mit diesem Kabel funktionsmäßig abgesetzt werden können. Das heißt also, hier seht ihr auch farblich ist es korrekt gelb gesetzt. Das heißt also, wir können hier mit unserem Kabel ankommen und dies dann in die drei Geräte aufsplitten. Dann haben wir noch den IR-Senderanschluss. Das ist dieser da, IR-Emitter. Da schließen wir ein IR-Senderkabel an, um andere Geräte über IR-Befehle von ihrem Fernsehgerät auszusteuern. Das bedeutet, wir können da kompatible Geräte, die da auch einen IR-Emitter unterstützen, den zufolge fernsteuern über die Funktion unserer mit dem Fire Omni QLED ausgelieferten Tastatur, also Fernbedienung ist es dann auch möglich, andere Geräte fernzusteuern. Den IR-Emitter müsst ihr natürlich dann irgendwo hinstellen, wo er eine Verbindung, sprich eine Sichtverbindung mit dem Gerät eingehen kann, welches ihr dann fernsteuern wollt. Dann haben wir hier oben noch ein CI-Modul. Das CI-Modul ist dafür da, um Pay-TV zum Beispiel zu schauen. Das heißt, dort kommt ein Modul rein, das ist eine Speicherkarte, eine Karte, die dann als Dongle benutzt wird, um dann Pay-TV zu setzen. Wie zum Beispiel, weil das war früher Premiere, heute ist es dann Sky und viele weitere Kanäle, die über Satellit empfangbar sind und über Kabel oder Antenne, die dann aber verschlüsselt übertragen werden. Die kann das CI-Modul dann, was wir hier reinstecken kann, wenn ihr einen Vertrag abgeschlossen habt, der auch läuft, kann das nämlich dann freischalten und ihr könnt dieses Fernsehprogramm dann auch genießen. HD-Plus wäre das zum Beispiel dann auch. Und so könnt ihr dann hier alles vollpacken an eurem Fire-TV-Omni-QLED und den vollen Funktionsumfang dieses Fernsehers nutzen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so. so so where 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 Vielen Dank.